Begrüßen Sie mit mir die Freie des Dritten Kampfs. In der roten Ecke, er trägt die schwarz-weiß-rote Hose. Er ist 1,75 Meter groß und heute Abend 70 Kilo ganz schwer. Der MMA-Finder beschreibt heute sein Debüt. Er repräsentiert das Heiser-Jews-Lohen. Begrüßen Sie mit mir die Freie des Dritten Kampfs. In der blauen Ecke, er trägt die schwarz-rote Hose. Mit einem Kampfgewicht von 70 Kilogramm und einer Körpergröße von 1,80 Meter. Mit einer Kampfbilanz von 2,7 gegenüber 2 Niederlagen beschreibt dieser Montai- und BJJ-Kämpfer seinen heutigen Kampf. Begrüßen Sie mit mir aus Aue, der Schweiz für das tausend-razy Ostbüttel, Yannick Fürth. Applaus 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 Wenn der Kopf hoch ist, das ist der Kopf hoch. Ja genau, Oberkörper auflegt. Wenn der Zweifel aufsetzt, das Rest der Kopf hoch, schaut die Dekke. Ja genau so, Hüfte rettet. Und jetzt auf, ja. Vielen Dank. Applaus 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 Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! 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 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020